Ich würde fast sagen, ich gehe jetzt nochmal oben in die heiße Quelle hinein und dann ist es Zeit, weiter die Mini hinabzuklettern. Gibt es vielleicht eine passende Quest dazu? Ja, da kann ich ihn bringen. Habe ich in der Truhe. Das mache ich auch gleich. Oder vielleicht morgen. Je nachdem. Wie viel Zeit habe ich? Zwei Tage? Ja, das wird locker erledigt, mein Freund. Du kriegst ein Jade. Auf jeden Fall. Habe ich ja schließlich noch irgendwo in meiner, in meinen endlosen Truhen von dem, äh, von Messi-Zeugs. Das klingt so falsch. Ich bin kein Messi. Aber, wenn man das Zeug vielleicht gebrauchen kann, dann behalte ich es natürlich. Oh man. Letztendlich ist es doch egal. Theoretisch müsste ich mit Emily hierher kommen. Emily! Guck, da kommen nämlich die Damen raus. Die Damenwelt, glaube ich. Hier bin's mich. Ein paar Punkte. Ich frage mich, ob ich bis 12 Uhr wieder da raus bin. Wir haben jetzt schon ein Uhr. Das ist die Frage der Fragen. Ich werde es einfach drauf ankommen lassen. Fünf Stockwerke. Das sollte ich doch schaffen. Okay, es wird... Es wird hart. Ich meine, wir haben zwei Uhr. Es wird verdammt hart, wenn ich das so sehe. Linus, tut mir leid. Ich hab keine Zeit. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das ist hier die einzige Frage, die sich hier stellt. Ich glaube, wir schaffen es, wenn Fortuna und Zold ist. Wenn Fortuna und Zold ist, wohlgemerkt. Und hier nicht überall Eisen rumliegt. Jetzt hab ich da glatt Eisen vergessen. Oh shit. Oh shit. Nein! Was bist du denn für einer? Du Geist, gehst mir auf Senke. Definitiv. Du kommst von uns... Gold! Jawohl! Ich meine natürlich... Yeah! Gold! Das ändert der Mie... Die hast du noch nicht in sich. So, ich lass das Eisen jetzt einfach mal da oben. Egal! So, wir haben so viel Platz in unserer Tasche. Da geht das auch noch ein. Nein! Verschwinne. Verschwinne. Oh Gott, das Spiel liebt uns gerade, ne? Das Spiel, das liebt uns gerade. Alter Schwede. Also gerade kann ich mich echt nicht beschweren. Ja, du, ja, natürlich. Doch Onkel Sam, er wird sich freuen. Dann braucht er nicht zu heulen. Warte mal, der Geist. Vielleicht droppt er ja wieder. Wenn das stimmt, dann kann ich noch ein Feld ansetzen für den Herbst. Och komm, jetzt fliegt doch nicht immer ins Nirvana. Dankeschön. Fette Beute, fette Beute, tschalalalala. Apropos, ich wollte eigentlich mal in den Fischtank gucken, ne? Ähm, Boiler Room, nein, Fischtank. Riverfish, Sunfish, Catfish, Shed, Tigertrout. Ja. Nacht, Aal, Bream, Walleye. Ähm. Hm. Satine. Das haben wir eigentlich. Ich muss mal gucken, dass ich meinen Fischschrank so ein bisschen aufräume. Okidoki. Vielleicht mal nur so ein bisschen. Hm. Da, 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 da. Erfolgreiche Ausbeute nach einem kurzen Aufenthalt in der Mine. Sogar mit Aquamarine. Also da kann ich echt nicht mehr kommen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich kaufe mir nachher. Oder? Ne, ich lasse es besser. Den Yade, den brauche ich noch. Topaz tue ich da rein. Kohle, Eisen. Eisen sollte ich mal, glaube ich, wieder verhütten. Ähm. Das kommt da rein. Das da. Kommt alles. Wieder hinein. Monster-Truhe. 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 Hier kommt mal. Hier hinein. Die ganzen Früchte, die man aus Höhlen kriegt, ne? Das ist der Heidenwahnsinn. Chup, 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 Karpfen. Tilapia. Red Snapper. Thunfisch. Was brauchte ich noch für einen Fischtank? Oceanfish. Sardine. Ich glaube, Sardine habe ich gar nicht. Und Jovi. Ehring. Nein, jetzt. Jetzt bitte lass es nicht an der Sardine scheitern. Nein. Och, ihr seid doch vor... Mann. Was habe ich noch? Spezialfisch. Geisterfisch habe ich. Sandfisch. Woodskip. Kugelfisch. Lakefish. Larkmound. Habe ich? Habe ich? Habe ich? Sturgeon. Habe ich einen Sturgeon? Einen Sturgeon. Natürlich habe ich ihn nicht. Okay. Ähm. Da fehlt noch Fisch. Definitiv. Lecker Schmatzkopfatzke. Lecker Schmatzkopfatzke. Fisch. Eisen transmutieren. Warrior Ring. Okay. Interessant. Lassen Sie mal gucken. Wieder 3000. Oh, das geht schon wieder schön hoch. Natürlich, natürlich. Ihr habt eine Meise. Geht die an? Nö, natürlich nicht. Er steht nicht mal auf Tisch. Ah, Milönchen. An Farmer Saphir. Äh. Mein Knie tut mir so richtig weh. Kannst du mir vielleicht helfen? Something with the hot pepper. Ähm. Das Ding. Äh. Allerdings würde es helfen, mein Knie mit einem Pfeffer. Mit einer roten Pfefferschote einzureiben. Weiß zwar nicht, wie das helfen soll, aber gut. Hm. Das Dumme ist nur, mein, äh, derzeitiger Vorrat ist leider zur Neige zu haben. Wenn du allerdings was auf Lager hast, fände ich es sehr geil, wenn du es zu mir bringst. Natürlich. Helfen wir dem alten Mann. Nein. Bloß kein Melönchen ist bloß nicht. Nein. Mann. Die Melönchen. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal die Melonen sicher. Fisch auch fertig. Jetzt muss das Ganze natürlich noch, ähm, drei Tage. Die Frage ist natürlich, soll ich jetzt wieder in die Höhle gehen? Das war ja eben, war sehr erfolgreich. Ich guck mal gerade gleich noch mal bei den Pilzen, da war ich noch nicht mehr drin. Ich weiß gar nicht, in welchem Zeitzyklus die wieder gut sind. Wäre ganz gut, das zu wissen. da, 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 da. Ja, gut. Sei doch nicht so ungeduldig. Außerdem muss ich noch zu Emily. Mh, wie das so viel zu tun. Aber ich will unbedingt in die Gold-A, A da hinein, sagen wir so. Wenn ich es schaffe, alles zu automatisieren, dann habe ich so wenig Arbeit wie möglich. Dann kann ich anderen Dingen bitten. Was weiß ich. Mehr Emily. Mehr dem Fischen. Mehr allem. Wobei das Fischen, glaube ich, hier wichtiger wäre. Bis ich da mal was raus habe. Da fällt mir ein, lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm. Da war doch noch was. Hm. Night Fishing. Doch, Night. Wally. Bream. Eel. Ich glaube, Bream habe ich hier nicht. River Fish. Sonnenfisch, Catfish, Shed. Habe ich nüß. Verflucht. Das wächst mir wieder über den Kopf. Weg. Lauft, Hülchen. Lauft. Ja, ja. Ja, ja. Doch, böse, böse Hohn. Versteckt sich hier. Das schlimme Bub, du. Ja, natürlich jetzt was Neues kaufen ist natürlich, äh, nicht so gut, ne? Komm, wir gehen erst zu Emily. Emily. Ai, 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 ai. Emily. Ai, jo. So. Warte mal, wir brauchen nur noch eine Red Hot Pepper. Das hätte ich beinahe vergessen. Aber ich habe es vergessen. Keine Bange, alter Mann. Dein Essen kommt. Moment, kurz. Verflucht. Ich muss ganz kurz mal was machen. So. Ich musste gerade mal kurz was weglegen. Das hat mich gerade schon die ganze Zeit gestört und ich habe es einfach nicht gemacht. So. Und, halt die Klopp. Jo. Gehen wir zuerst zu Sam oder zu dem Alten? Das ist hier die Frage. Alter vor Schönheit. So heißt es doch so schön. George. Das hat auch lang genug gedauert. Naja. Äh, ich danke dir trotzdem, dass du mir, äh, sowas Scharfes gebracht hast. Hat ein Arsch. Guckt sich da seine Rentner-Filmchen an. Lässt andere arbeiten. Kein Respekt vor der Jugend. Als nächstes kommen wir zu Sam. Wenn ich den jetzt finde, natürlich. Natürlich ist er in seinem Zimmer. Wie kann es auch anders sein. Die hocken ja alle noch in ihrem... không? Vielen Dank.